Okay Freunde, die Anna hat gerade gesagt, ich sehe sehr nachdenklich aus und genau so ist es. Erstmal schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu diesem Video. Gestern Abend war es soweit. Facebook, Instagram, WhatsApp, alles war down. Nichts funktionierte mehr und gefühlt gab es einen Stillstand auf dem ganzen Planeten. Die besten Freundschaften sind in die Brüche gegangen, keiner konnte mehr miteinander kommunizieren oder in Interaktion treten. Und das hat bei mir einfach ein paar Gedanken hervorgerufen, die vor allem für dich als Verkäufer auch wichtig sein können. Deswegen lassen wir darüber sprechen, was macht diese neuartige Kommunikation eigentlich mit unserem Leben. Bis gleich. Wir sprechen hier über ein einziges Unternehmen aus dem Silicon Valley. Okay, wir alle kennen die Hintergründe, wir kennen den Gründer und wir wissen, dass Facebook, Instagram und WhatsApp zusammengehören. Und ganz ehrlich, gestern Abend wusste keiner, was ist denn jetzt eigentlich passiert? War das ein Hackerangriff? Kommen die wieder? Sind meine Daten jetzt eigentlich sicher? Datensicherheit sowieso bei uns Deutschen ein Riesenthema. Ganz, ganz viele Gedanken. Und für mich war es gestern Abend auf der Laufrunde so, dass ich mir überlegt habe, okay, was macht eigentlich die Kommunikation, diese Kommunikation mit unseren Kunden? Wie setzen wir das ein? Und was wäre, wenn wir das Ganze nicht mehr hätten? Schau mal, hier ist mal alles Aufgabenbereich technisch Online-Marketing angezeichnet von uns, von RB Trainings. Und du siehst, erste Disziplin YouTube, das sind wir hier gerade live. Und dann kommt schon Facebook und Instagram. Und wenn die wegfallen, dann fallen auch ganz viele Follower weg, weil wir bei Instagram immer zeigen, was machen wir, wenn wir im Büro sind? Wie sieht das in meinen Trainings aus? Das funktioniert dann einfach nicht mehr. Also ich habe gerade keine Idee, wie ich euch das zeigen kann ohne Instagram, ohne die Story-Funktion. Wahrscheinlich müsste ich mich dann mit einer 18-Jährigen oder einem 18-Jährigen zusammensetzen, der mir Snapchat erklärt. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Wobei ich nicht weiß, ob das dann überhaupt noch funktioniert. Also du weißt, wo ich drauf hinaus möchte. Bei Facebook das Gleiche in Grün. Die WhatsApp-Kommunikation, die ist ja ein fester Bestandteil meines Lebens. Ich habe unheimlich viele Freunde, Business-Kontakte und auch ganz, ganz viele Kunden, mit denen tausche ich Sprachnachrichten aus auf WhatsApp. Ich bin ja, wie du weißt, so der kommunikative Typ und eine E-Mail schreiben, das ist nicht so mein Ding. Das finde ich doof. E-Mails zu schreiben, E-Mail-Marketing macht aber eine ganz, ganz große Disziplin aus und hat extrem viel Sinn. Denn das ist mein erster Gedanke. Wir sollten es immer schaffen, für unser Unternehmen, für unser Business, für unsere Branche, egal wo wir tätig sind, diese Abhängigkeiten zu vermeiden. Wenn du nur abhängig bist von einem Kanal oder von einer Mischung aus diesen Kanälen und keinen eigenen Zielgruppenbesitz aufbaust, dann kann es sein, dass auf Knopfdruck von heute auf morgen alles wegfällt, alles wegbricht und dein Geschäft ist tot. Von heute auf morgen, weil du alle da auf einem bestimmten Kanal gesammelt hast. Und die Disziplin, das zu verteilen, das habe ich zum Beispiel damals von Pascal Pfeil, heute ein Freund von mir gelernt, der sagt einfach, okay, du musst Zielgruppenbesitz aufbauen, indem du dich von Google und von Facebook, Instagram und Co. auch unabhängig machst. Jetzt fällt mir das richtige Wort schon gar nicht ein. Nein, das machst du mit E-Mail-Marketing. Das machst du, indem du den Leuten etwas Cooles gibst, wo sie sich für interessieren und sagen, hey, dafür gebe ich dir gerne meine E-Mail-Adresse, damit du mit mir interagieren kannst. Viele sagen heutzutage im Online-Marketing, E-Mail-Marketing funktioniert nicht mehr. Bullshit. Die Leute lesen gerne noch ihre E-Mails. Denk mal an die Generation über 50. Natürlich lesen die ihre E-Mails, also jedem, mit dem ich spreche. Bei jedem, mit dem ich spreche, ist das so. Das ist die erste Disziplin. Das ist mir gestern so durch den Kopf gegangen. Schaffe eine Welt für dich oder einen Unternehmensaufbau, der dich unabhängig macht. Das bedeutet zeitgleich, stell dein Business auf mehrere Füße, auf mehrere Beine. Verlass dich nicht nur auf eine Disziplin. Und das bringt mich zur zweiten Erkenntnis, es gibt so viele unheimlich hübsche Menschen auf Instagram. Frauen, Männer, völlig viele. Einfach unendlich viele. Und ich möchte keinem davon zu nahe treten. Denn die verdienen da ihr Geld, die machen da einen guten Job. Aber stell dir vor, gestern Abend wäre es nicht wiedergekommen. Oder heute Nacht wäre es nicht wiedergekommen. Und wir hätten Instagram jetzt nicht mehr. Ich glaube, viele von denen sind einfach nicht in der Lage, im Offline-Geschäft ein vernünftiges Gespräch zu führen. Und das bringt mich zu unseren Themen, zu den Verkaufsthemen. Schau, dass du auch immer in dieser Welt kommunizieren kannst, mit anderen Leuten interagieren kannst. Auch mal an Unternehmer herantrittst, die einen Nutzen von dir bekommen. Die eine verbindliche Gesprächsführung erwarten und echte Ergebnisse sehen wollen. Wir müssen immer die Disziplin schaffen, Online und Offline miteinander zu verknüpfen. Es ist nie das eine oder das andere. Es ist die Verbindung aus den beiden Welten. Also egal, wer du gerade bist oder wo du gerade bist, schau dir bitte nochmal alles an, was dich irgendwie zum Thema Netzwerken, auf Kongresse gehen, mit anderen Menschen in Aktion treten, Interaktion treten an. Und stell dich da verdammt gut auf. Weil wenn die eine Welt mal wegbricht, dann ist die andere Welt auf jeden Fall da. Es sei denn, da kommt irgendwie eine große Bombe auf uns zu, dann ist eh alles weg. Aber du verstehst den Gedanken dahinter. Also vermeide Abhängigkeiten, nutze beide Welten. Und schau einfach, dass du auch in dem freundschaftlichen Kreise, das geht jetzt ein bisschen weg vom Business, dass du auch da mal so leichte Sachen pflegst wie eine Adresse. Oder du lachst jetzt wahrscheinlich, die Anna lacht gerade hinter der Kamera. Aber solche Gedanken hatte ich gestern Abend beim Laufen, weil was machst du denn? Du hast die Handynummer und den Namen sogar von deinen besten Freunden. Und da ist keine E-Mail-Adresse dahinter liegt, da ist keine Adresse, wo die wohnen. Also bei vielen könnte ich nicht mal einen Brief schreiben, weil ich nicht weiß, wo die genau wohnen. Also die genaue Anschrift einfach fehlt. Und ganz oft im Leben, und damit möchte ich enden, ist es ja so, dass wir etwas erst erkennen, wenn es weg ist. Und gestern Abend habe ich ungefähr 14 Sprachnachrichten, wie ich finde, gute Sprachnachrichten hier verschickt, an Freunde, Businesskontakte und Kunden. Und ich dachte mir, okay, wenn das jetzt alles umsonst war, hm, ja okay, du kannst auch per E-Mail Sprachnachrichten schicken, das geht auch. Aber es wäre irgendwie doof. Und in dem Moment ist mir einfach bewusst geworden, wie sehr die Kommunikation von früher lauten Geräuschen mit Keule in der Hand heute gewachsen ist zu den Medien, die wir nutzen. Und ich denke gerade im Kreise der Familie und der Freunde und auch mit den engsten Kunden sollten wir es irgendwie schaffen, auch auf dem Offline-Wege in Kontakt treten zu können. Dass wir uns im schlimmsten Fall mit dem Fahrrad 100 Kilometer Richtung Süden bewegen und sagen, guten Tag, hier bin ich, hab ein Sixer Bier dabei. Das sollten wir schaffen. Und dann vermeiden wir auch Unabhängigkeiten. Nee, falsch. Dann vermeiden wir Abhängigkeiten. Und dann haben wir auch ein schönes Ergebnis. Und mal von gestern Abend abgesehen, glaube ich, dass diese beiden Unternehmen, Google und Facebook, wo Instagram und WhatsApp dazugehört, so gut aufgestellt sind, dass wir die lange, lange, lange noch nutzen werden und dürfen. Und auch verstehen müssen, wie wir es nutzen. Aber alles andere sind für mich so einfach Gedanken, die ich einfach mal loswerden wollte. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Schreib mir mal bitte unbedingt jetzt in die Kommentare, wie nutzt du denn diese Medien, Instagram, Facebook, WhatsApp für dein Business, für deine Kommunikation mit Kunden, für die Kommunikation mit Freunden. Ich höre immer wieder, hey Robert, ich bin genauso wie du. Ich nutze unendlich gerne diese Sprachnachrichten bei WhatsApp. Schreib mal in die Kommentare, ob das tatsächlich schon lange bei dir Bestand hat oder irgendwie erst neu ist. Oder ob du auch andere coole Ideen hast, um im Offline-Bereich, also das, was wir von früher kennen, mit den Menschen zu interagieren. Anna hat auch letztens ein schönes Beispiel gebracht. Du kriegst WhatsApp-Bilder. Ich hoffe, das warst du, Anna. Egal, du kriegst WhatsApp-Bilder aus dem Urlaub. Da denkst du dir, ja, okay, ist halt ein Bild. Und einer von zehn schickt dir aber noch eine Karte, wo handschriftlich was draufsteht. Das macht schon manchmal den Unterschied. Da erinnerst du dich dran oder du hängst es auf. Schreib mal in die Kommentare. Gib dem Video unbedingt einen Daumen nach oben, wenn du froh bist, dass Facebook, WhatsApp und Instagram wieder funktionieren. Und abonniere den Kanal. Dann reden wir das nächste Mal wieder über echtes Verkaufen. Bis dahin.